Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus und begrüße euch zu SimCity. Ja, da gibt es den neuen Patch oder Update 6.0, dafür habe ich meine neue Stadt ausgesucht, Berlin. Und hier seht es, das Brandenburger Tor. Ja, die Preußen legen hier auch los. Und ja, für alle nochmal eine Info, es läuft sehr stabil, es kann daher gehen, dass es wahrscheinlich keiner so richtig spielt, SimCity. Dadurch läuft es ganz stabil. Mittlerweile haben das 2 Millionen Leute gekauft, dieses Spiel, und sind wahrscheinlich genauso glücklich über das Spiel wie ich, dass es endlich läuft. Ja, mittlerweile ist ja der neueste Patch draus, 6.0, und was gibt es da zu sagen? Jedenfalls möchte man den Fokus mehr auf die Industrie setzen, ja, auf das hier. Es soll mehr Informationen geben, wenn jetzt Mitarbeiter gesucht werden, etc. Und hier sieht man, ja, wir brauchen Strom, und sonst finden die die Stadt ganz toll hier, was sie hier gebaut haben. Des Weiteren hat man ja, warum man den Fokus jetzt mehr auf die Industrie setzt, weil viele quasi Wohnhäuser und Gewerbe gebaut haben. Das möchte man dadurch ein bisschen, ja, wieder in eine andere Richtung setzen, weil mit Industrie konnte man nicht so viel Geld machen wie mit, ja, Gewerbe, ja, im Endeffekt, weil mit Tourismus, etc. Und das wollte man so ein bisschen ändern. Und ja, wenn man nur Gewerbe braucht, denn, oder baut, wird das mit diesen, ja, Ressourcen, mit den Handeln, ein bisschen weniger hier mit diesen Lieferkisten. Das soll dann deutlich weniger werden. Dadurch soll man jetzt mehr auf Industrie setzen, dass die Lieferung von, ja, irgendwelchen Gütern wieder ins Laufen kommen. Des Weiteren hat man gesagt, oder soll es neue Gebäude geben, ungefähr 84 neue Gebäude mit anderen Farben, etc. Mir ist es jetzt, ja, in der kurzen Zeit noch nicht aufgefallen, dass sich hier irgendwas geändert hat. Also könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr hier was anderes gesehen habt. Sieht aber jedenfalls schon mal richtig cool aus. Ich wollte eigentlich, das sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Ich kann mich auch täuschen. Jedenfalls, ich wollte eigentlich die Stadt auf mittlere Dichte machen, um ja Berlin hochzuziehen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Darum habe ich gesagt, ja, ich mache wieder hohe Dichte, hinten brennt es immer noch. Naja, lass es brennen. Dann war ein Fehler, zum Beispiel der Mülleimer. Es wurde zwar angezeigt, dass alle, ja, wie man sieht, alles im grünen Bereich, abgeholt wird. Also pro Tag, ja, sind vielleicht nur Unterschied von 100, ja, also nicht viel und hier von fast 30. Dann wird trotzdem der gelbe, oder wurde immer das gelbe angezeigt, obwohl alles abgeholt wird. Ja, bei mir ist es jetzt momentan nicht so. Ich habe Strommangel. Normalerweise funktioniert das mit dem Handeln von den anderen Städten. Aber ihr seht schon, ja, es ist immer noch ein bisschen, ja, eichelartig, ne? Gut, dann möchte man, gehe ich hier hin, auf das, ja, die Grundstückspreise sollen jetzt deutlich, ja, detaillierter sein. Also es soll jetzt mehr oder besser angezeigt werden, wo jetzt die Grundstückspreise am höchsten sind. Das war im Vorfeld nicht ganz so. Und gerade wenn man Parks hinbaut, dann soll das wirklich, ja, besser sein. Ich mache mal hier einen klassischen Park hin und schauen uns mal an. Ja, muss ich sagen, hat doch funktioniert, weil ich habe manchmal große, kleine Parks hingesetzt. Das, ähm, das hat manchmal gar nicht so richtig gebracht. Ähm, das scheint wohl jetzt auf den ersten Blick zu funktionieren. Gut, dann gehen wir weiter. Strom habe ich immer noch nicht. Dann sollen mehr, ja, Felder kommen. Ich denke mal, die hier, wo jetzt mehr Informationen kommen, bezüglich, was in der Stadt gut oder schlecht läuft. Und der Verkehr, äh, der Verkehr, sorry, läuft ganz gut. Wahrscheinlich wegen meinem Luftschifffahrt-Setup. Oh, schweres Wort, um Gottes Willen. Ja, das war es denn noch. Und was gab es denn noch? Alle News, Infos, etc. Und, ja, Probleme mit den Finanzen, mit den Ressourcen, das sollen sie auch ein bisschen abgestellt haben. Klarheit über offene Stellen, ähm, kann ich mir jetzt hier, das soll irgendwo jetzt besser laufen. Also, ich habe hier, ja, Jobs habe ich, ja, tausend, über tausend, äh, habe ich Jobs bei hoher Dichte oder der, ja, hohen Arbeiterzahl. Und ich habe aber keine hohen Arbeiter. Und, ja, das ist wahrscheinlich doch die Nachwirkung, weil ich alles auf Mittel gemacht habe. Das braucht wahrscheinlich noch ein bisschen was. Ja, ich weiß, da könnt ihr auch schnell machen. Aber dann würde hier die Dunkelheit einbrechen und dann müsstet ihr allen ins Bett. Das wollen wir ja nicht, ne, ihr solltet ja weitergucken. Gut, mehr Hilfestellung, Gebäude, ja, das soll dann gerade hier, ne, das sollte nicht so sein. Äh, gehen wir doch mal auf den. Ja, rote Gebäude sollen dann halt, äh, anzeigen, dass das wirklich nicht so beliebt ist. Das sollte auch irgendwie vorher ein bisschen, ja, verpackt oder gar nicht so richtig angezeigt gewesen sein. Das wollen sie geändert haben, etc. Ich glaube, das mit dem Hangar habe ich gerade erzählt, dass man doch ein bisschen Industrie machen soll. Das mit dem Müll habe ich erzählt. Und, ja, Geldgeschenke soll ja immer noch nach dem Patch 5 Probleme gegeben haben. Gerade, wenn man Geld verschenkt hat an Freunde. Und die sind dann aus dem Spiel raus, weil es noch, ja, länger gedauert hat. Es soll ja nicht mehr ein Fahrzeug kommen, es soll ja jetzt, äh, digital überwiesen sein, also schneller laufen. Und die Leute, die dann trotzdem rausgegangen sind, dann war das Geld irgendwie futsch und, ja, kam gar nicht an. Also mussten die unweigerlich immer warten. Das könnte aber ein neues Gebäude sein, das hier, oder? War das vorher schon drin hier, dieses Hotel? Weiß ich gar nicht. Hm. Ja, man sollte eigentlich auch ein bisschen einstellen können, dass man, ja, sagt, die in die Gebäude, also so habe ich es eigentlich verstanden, dass man sagt, die in die Gebäude sollen die in die Dichte haben. Ähm, schade, dass es nicht geht, dass man hier vielleicht sagen kann, ich möchte hier mittlere Dichte, hohe Dichte oder was weiß ich für Dichte. Und quasi von außen nach innen ansteigend macht, so wie die Städte halt sind. Und wenn man es halt baut, wie man will, dann sind die alle irgendwann, so wie meine Stadt hier hinten, alle hoch. Alle ist nur Hochhäuser. Gut. So. Jedenfalls, äh, arbeiten die aber auch an den nächsten Patch 7.0 und da soll es was geben, und zwar Tunnel, Unterführung oder erhöhte Straßen. Das würde dann so heißen, dass man, wenn ich eine Straße hier baue, ja, hier irgendwo wahrscheinlich ein Item sein, dass ich plus, minus hoch und runter mache, oder auf der Tastatur, dass ich dann sage, die Straße soll hoch oder runter gehen. Öh, hört sich ganz interessant an, äh, gerade auf der neuen Map, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ich kann es ja mal einblenden, das ist ja so ein, wie so ein Krater und Berge und etc. Viele neue Städte kann man dann bauen und sieht ganz nett aus, aber ich bleibe immer noch hier auf dieser Karte. So. Das soll es erstmal gewesen sein. Mehr gibt es eigentlich nicht zu diesem, ja, Patch zu sagen, den sie jetzt hier reingebaut haben. Also, kleine Informationen, kleine Änderungen, die uns aber nicht so auf den ersten Blick auffallen. Ist das ein neues Gebäude? Also, schreibt mal rein, ob da wirklich neue Gebäude gekommen sind. Mir fällt es jetzt nicht so auf, für diejenigen, die das aber wirklich öfter spielen, die werden es bestimmt gleich bemerkt haben. Gab es die hier schon? Mhm, Hotel. Alles klar. So, das soll es aber wirklich gewesen sein. Ich mache erstmal einen Fisch, meine Jungs und Mädels. Das war euer Maximus mit dem kleinen Update-Paket 6.0. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video, SimCity-Video vielleicht. Euer Maximus, haut rein! Bis zum nächsten Mal.